hallo Leute hier wieder euer Tose mit Let's Play Ellen Noir und wir sind da jetzt unserem Chief zurück beordert worden in die Zentrale ja und das werden wir dann auch nicht mehr brother said she took a real pounding maybe if he had been a little firmer in the beginning wouldn't be in this situation now I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies Galloway women love me though I have no complexity they know exactly what they're going to get keep on straight okay diesmal kein Einsatz das kann doch nicht sein oder just ignore this turn okay wir haben schon wieder einen Notruf attaboy up there you go right now und den den wir natürlich nachgehen take the next right die Karre ist dermaßen schwammig GGB also any Sentry in it the citizen reports a man with the gun man with the gun 4th and 5th any Sentry in it identify this is car 11k go ahead möchtekern räuber please you gotta call for help he doesn't look real good quick what happened some punk held up my stand this guy tried to help and got a bullet for his trouble he got hit and hightailed it through the parking lot get going das kommt nicht gut leute ich glaube ja wow der hat eine schnelle Karre Jesus, Felps, du wirst diese pooren Slavs verliehen! Du kommst noch näher, ich zie den Trigger. Put die Wepon down, jetzt! Was zur Hölle? Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Der hat noch zweimal geschossen. Ja, cool. Ich glaub's ja nicht. Aber unser Coal ist schon auch ein wenig ein Kamikaze, ja? Ja, klar. Ok. Ja, ich steig ein. So, jetzt zurück in die Zentrale und bin neulich, was unser Chief zu melden hat. Und warum er uns zurückgeordert. Irgendwie verstehe ich das auch nicht mehr. Also unser Dartsverdächtiger ist sicher ein Perverser, ne? Verletzungen des Arnus umzuwerten. Ja, du Chief. Irgendwie wirst du nicht der Freund von unserem Phelps werden. Das nehme ich stark an. Einen unschuldigen, wenn wir da nicht ins Gefängnis bringen. Das sieht nicht gut aus, Jacob. Du bist hier in einem großen Jamm. Du liebst an mir und ich kann dir nicht helfen. Verstehst du mich? Ja. Alter Sack. Was mach ich jetzt mit dir? Was machst du für Arbeit, Jacob? Ich bin Mechaniker. Engines, Differenzials, Transmissions. Das kind of stuff. So, du hast access zu tools? Ja, ich mache. Deine Frau wurde brutalmente verletzt mit einem socken-wrench, dann stammt zu sterben. Wie sieht das aus, Jacob? Ja. Ich war zu Hause im Bett. Ja. Ja. Und der hat aber nicht abgehoben. Nummernschild Bamba Club Feuerzeug-Lippenstift. Die Schuhabdrücke würden... Ja. Aber wir brauchen ja was, dass er nicht geschlafen hat zu Hause. Gehen wir mal zurück. Und ja. Ich probiere es einmal. Ah, ich nehme Intuition. Eine Antwort entfernen. Anzweifeln oder Lüge? Ja, super. Das war wieder einmal klar. Ah, verflixt. Du bist voll von Scheiße, Jacob. Die Wahrheit ist, du hattest diese Scheiße. Du folgst sie und sie legst in das Auto, und dann kam sie zu den Moors. Sie wuchs und wachst sie in den Gesicht mit einem Sockenpisch. Nein. Nein, 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 nein. Und dann hast du sie stammt. Du sie stammt, weil sie ein drückter Hörer ist und sie hat dich als Scheiße behandelt. Du sie stammt für alle Jahre, die du sie hattest. Du sie stammt, weil du so eine schwebte Freundin bist, Jacob. Und du wolltest, die alle Erinnerungen davon erlösen. Gehen wir. Versuch es nicht. Ich war zu Hause. Ich sollte sie zu Hause gehen, aber ich habe nicht. Du kannst nicht zeigen, dass ich zu Hause war. Da sind wir zu Hause, ja? Ja. Der Bar-Owner, McCall, gab es dir. Er kam zu dein Haus, genau an der Zeit, dass jemand in Selene zerbricht, und sie hat keine Antwort. Wenn wir den Sockenpisch befinden, dann werden wir sie zacken. Geh sie weg. Sag mir, du sie hat sie. Ich hat sie gut. Ich hat sie gut. Ich hat sie in den Tragen. Sie war ein Aviator. Fähig in der Zeit, fliehen da unten wie ein Barsch. Aber sie nie wollte sie zurückkommen. Mein Papa war ein Sodfammer. Dirt poor. Ich bin der Korps, trainiert als ein Mechaniker. Ich habe besser als mein Vater getan. Ich habe es hart gearbeitet. Das ist alles, was man fragen kann. Aber... Selene... sie nie wollte sie zurückkommen. Sie wollte alles, was ich nicht geben kann. Ja, du bist eine arme Sau. Du hast sicher nichts gedacht. Du hast es gemacht. Alles zeigt dir an dich. Was bedeutet Texte, Jacob? Ich weiß nicht, was du sprachst. So, schauen wir mal. Zwinkerst du? Nein, das glaube ich dir. Du bist auch kein Gewaltverbrecher. Ich brauche einen Grund, um dich zu glauben, Jacob. Willst du eine Konfession? Das, was du willst? Das ist genau das, was wir wollen. Das ist es. Das ist mein Konfession. Ich liebe meine Frau. Und ich nehme alle Tests, die du es bestätigst, um es zu prüfen zu können. Der Beziehung war vorbei. Du nahm sie hin und sie schaute es in deinem Gesicht. Du gehst nicht da hin, um sie zu töten. Es kam einfach aus der Hand. Das war nicht so, wie es war. Schriftachter, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ne, was ist, was... Eh, Probleme. Ja, die Nachbarin, genau. Okay. Du schiefst, Jacob. Es fiel aus und die Dinge verletzten. Ich bin nicht schief, ich erzähle dir, wie es war. Jenny Horgan sagt, du schwarzen ihre Augen. Alles klar, Jacob. Die D.A. will verstehen. In deiner Schuhe hätte ich genau das gleiche getan. Ich habe sie verletzt, okay? Ich bin nicht stolz davon, aber sie kam mir mit einem Friespann. Was würdest du tun? Ich habe sie seit Jahren genommen, aber... manchmal kann ein Mann nur so viel nehmen. Ja, das glaube ich dir auch. Und... Ich habe sie in die Frau, Jacob. Warum schiefst du den Ring? Was? Was sprachst du? Ich habe eine Schlüssel. Warum muss ich in die Schlüssel nehmen? Ja, das glaube ich dir. Du hast den Ring genommen, weil du herausgefunden hast, wer es ihr gab. Was sprachst du? Sie herzulich Garnett Ring, gebt worden von ihrem alten Freund Dick McCall. Ich wusste das nie. Ich wusste das nicht. Ich war mit dieser Frau für drei Jahre, und... ich wusste das nicht. In diesem Fall, ich denke, du solltest dich mit Dick McCall sprechen. Wir machen den Detektiven Arbeit, Lunkhead. Wir stellen uns die Fragen. Ich will sehen, was ich für dich tun kann, Jacob. Aber ich bin nicht zufrieden. Es ist noch nicht schlecht für dich. Pfeil! Du hast mich etwas verloren. Wir haben einen anderen Lied, Kapitän. Dieser Mann Mendes könnte unser Mann sein. Ich hoffe es, Pfeil. Ich hoffe es, Pfeil. Ich hoffe es. Ich bin tief entgegen und stehe von Ihrem Stainer-Polize-Work. Ja, aber deine, uns auch, gell? Okay, Leute. Wir haben das Verhör hinter uns und begeben uns jetzt zu unserem Mordverdächtigen. Aber da müssen wir noch... Wo ist er denn jetzt? Der sitzt schon wieder in der Karre. Und den Fall schließen wir im nächsten Video ab, denke ich. Okay, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis gleich.